ich guck fußboden zu oha kampf bürger der heißt ja echt kampf bürger ernst nein ich kenne das level nicht als ob man alles als ob man komplizierter von neu anfangen muss er runter fällt diese vierer sprünge ich habe das sollte im modul schon nicht ich habe ich habe einen goldteil bisher alter ist der sprung schwer ich gehe auf das von letzter runde ja ich bin direkt gestorben dort ich bin ein kleines coolen pvp-server black pvp ist der party beigetreten auf sie toxieren in minecraft java ich glaub das ist ein fanboy fußboden du maschine fußboden er ist runtergelaufen fußboden kampf bürger der heißt ja echt kampf bürger toni ich hole mir glaubt bald so led lichter auf amazon die dann an meinen schreibtisch klatsch ey ne niemals led lichter von amazon kauft warum ich hab mir eins geholt ist sofort kaputt gegangen gefühlt ist schon beim ankommen kaputt gegangen holen wir so eine lampe aus den 60ern anstatt zu haben mit die man kaputt gehen sollte das ganze ding klatscht ne eins ich hab sechs ich hab ne eins jetzt bekommt ihr mal die ganzen einsen nicht nur ich die rache des von gmg da schon jemand auf welt 20 heißer boden ich hab ja weißer boden gewesen welches level bist du eigentlich jetzt ein treasure was äh level 51 ernst nein nein zero du hast mich grad gelegt ich hab es so geil gespielt nein jetzt ne 3 ne 6 ne 6 wir sind zweitemal enteinander alter wir seid Platz 11 und 13 schießstand oh das ist cool obwohl ich hab besseres bow aim als du von gmg das stimmt sogar nein meine tastatur spack wie jetzt genau ist ganz so freund meine tastatur ich treffe gerade kein zombie 3 fäller noch vorne ich weiß zwar was man bei dem level macht ich hoffe hier gibt es keine neuen level die mich irgendwie verwirren das finde ich scheiße ich bin doch so im wasser gelandet komm 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 hallo ja das level zum beispiel kenne ich schon wieder nicht was ist denn das jetzt hier muss ich hier hin hey was ist das für level ich weiß nicht wo ich hin muss hey ich kenne das level nicht der wooster wasser ist lieber kein wasser ich war beim 2 nicht fertig ne 2 ne 1 blockhüpfer was ist das ah ne das ist scheiße ah das ein jump and run nein nein als ob man alles als ob man komplett wieder von neu anfangen muss wenn man runter fällt oh god es war immer diese vierer sprünge ne und was was ist das nassaufgaube versuch nassaufgaube versuch dann let's go what the fuck wie bist du jetzt schon runter gefallen nein nein ne deckenjumper alter ernsthaft oh mein gott ich bin fast full gold ich schaff das zweite im modul schon nicht oh leid da muss man runter ja das zweite im modul ist einfach Aber das ist ja echt nur Trash bekommen aus den Kisten. Ich bin für Gold und habe Enchanter, habe Heutelschwert, habe fast zweimal für Gold. Ich habe sogar ein Goldteil bisher. Ich kann euch Sachen geben. Ich habe sieben Goldteile. Fest lagst du dein Urgroßvater? Ja. Ich habe mir die Dreißiger ins Mod. Oh mein Gott, ist das eklig. Ich will mal Modul 6. Ich habe jetzt drei Holzschwerten. Was ist das? Oh ja, ich habe eine halbe Kettenrüstung gefunden. So, siebtes Modul. Ich habe einen Steinschwert und ein Eisen. Oh nice. Damit mache ich mir jetzt ein Feuerzeug. Funktionieren Feuerzeuge hier? Ja. Oh, ich habe einen Scharmmittel. Okay, Modul 8 ist echt schwer. Was muss man da machen? Das ist so richtig viel mit Leiter-Jobs, Alter. Oh, endlich Modul 9. Alter, als ob man da jetzt hin muss. Was? Okay, ich glaube bei Modul 9 werde ich hängen bleiben. Hä? Alter, ist der Schwung schwer? Und der ist jetzt eine Minute. Ja, Modul 10. Okay. Ja, ich habe noch mehr Eisen gekürzt. Noch meine Eisenhose. Ja, ich bin voll Iron. Ja, scheiße, ey. Ja, aber das sind Modul ist richtig, ey. Ist okay. Der hat zu viel Bambus gefressen in seinem Leben. Okay, lass irgendwo treffen jetzt. Ey, ich bin in eine Cop-Web drin gespawnt. WTF? Ja, Hilfe! Hä? What the fuck? Toni, ich gebe dir Stuff. Lass mich jetzt machen. Lass mich jetzt machen. Renn, renn, renn! Renn, renn, renn! Ab ein. Ah, sieh, ich bin bei dir. Martin! Ich hasse dich. Lass auf ihn. Oh, ich habe dich außer sich geschlagen. Goldschule gehen und... und... Ledertrüstung. Ich habe ja keine Ledertrüstung. Ja, ist tot. Okay, komm, komm, komm mal kurz her. Äh, hier ist ein bisschen Stuff. Vier hier, falls du was davon brauchst. Achso, das ist du. Oh, krass, Achtung, ist er! Oh, kurz. Ich habe eine HP. Vier, ein bisschen Stuff. Achtung, da kommt wer. Ja, okay, komm, lass kurz hoch einfach. Ich brauche da gefallen. Ekel-erregend, ich krieg hier einen halben Kollaps in meinem Kopf. Äh, ja, wenn du willst. Hast du eine Werkbank? Ja. Ich habe eh keine Beine. Achtung, da kommt wer. Achso, es ist vier. Hat jemand einen Bogen? Ich habe einen Bogen und Pfeile. Frongi, ich habe besseres Bow-Aim als jetzt. Oh! Komm, Klinger. Er ist gestorben. Da unten ist ein Bogen, schießt drauf, mach ein Feuerzeug. Ja, ich konnte das machen. Ich geh grad zu einem hoch. Ja, hier? Ja, stark drauf. Ja, wird tot. Kriegst du? Nice. Gut. Ich mach mir noch ein Feuerzeug. Er hat eine Angel. Er hat eine Angel. Wow, ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Nietzsche, Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche. Ich brauche Hilfe. Toni, ich hab dir ein Steinschwert. Achso. Toni, komm. Hilfe. Ja. Ich brenne nicht, brenne nicht. Little Johnny. Oh, da auch nicht. Da unten ist er. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Ich bin oben. Ja. Hallo hoch. Wird er springen? Er springt. Kommt. Ich hab hier oben campen. Nein, kommt. Lass schon Action machen. Ich hab nur ein Leben. Ja, lass ein bisschen in Action gehen. Ja, brauchst du Essen, Toni. Nee, ich hab Essen. Kommt. Auf den, dann hätten wir vielleicht ein bisschen Iron Armor. Ja. Hab hier einen Community geboten. Aber auf den Beni. Ja, Beni, Beni, Beni. Guck, ich hab einen, okay. Ja. Oh, er ist komplett tot. Was kommt? Ja. Auf Gottgenin oder wie der heißt. Beni ist ja noch am Leben. Bin, 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 Bin. Oh, bock. Achtung, ja. Komm, 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 komm. Oh, fuck. Der hat mich so was von. Hat so ein Ding. Ich hab den einen angezündet. Und ich hab drin. Hey, der Typ ist auch nur ein Boss. Warum brenne ich? Hä? Weil du durch Feuer genommen hast. Ja, ich bin da drin gespott. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Er ist von 3er und 4er durch verloren. Was ist das denn jetzt für eine Verarsche? Hast du noch Pfeile? Nein. Hinter dir sind da welche? So eine Angel. Nee. Aber du kannst doch die Kopfwebs abbauen, oder? Oh, der eine ist gar nicht. Ja, nur noch wir und Timi. Nur noch wir und Timi. Aber Timi hat noch zwei Leben. Ach so, ja schon, wir müssen ja noch 101 machen. Oh Gott, Timi, Alter. Leute, ich hab'n Lack. Ich hab'n Lack. Ich hab'n Lack, Digga. Was soll die Kacke? Junge Gomme, Alter. Seid doch nicht so ehrenlos.